Wenn ich nach L.A. komme, dann möchte ich auch, dass da die Sonne scheint, so wie es wartet. Ja, das stimmt. Ich bin so ein kleines Sunshine-Girl. See me shine, sag ich immer. Meine Haare, die sehen dann wirklich aus. Von der Sonne. Schöner wär's, wenn die Haare heller werden, aber nicht kaputt gehen. Stimmt. Ja. Aber wie seid ihr denn? Kennt ihr die Sheerblond-Produkte? Nein, noch nicht. Leider noch nicht. Oh, ich hab ein Spray, ein Aufhellungsspray. Stufenweise blond. Oh, das ist auch geil. Also da steht, dass es eine Zitrone von Lacour ist. Ich genieße das richtig. Ja, das riecht nach Zitrone. Sehr nach Zitrone, finde ich. Nee, das riecht echt sehr gut. Ich kann ja auch einfach sagen, wow, das ist ein ganz neuer Effekt. Aber wo sehe ich dann den Unterschied? Von daher kaufen wir schon vorher ein Afterbild. Ja. Und das, genau. Das war ein sehr guter Klecker. Let's go Blonde. Let's go. Nach einer Anwendung sofort ein ganz anderes strahlendes Blonde, würde ich sagen. Ich möchte halt wirklich, dass mein Blonde wieder richtig strahlt und ich sehe, es ist schon wieder rausgewaschen. Dann würde ich es immer ganz schnell drauf machen. Es geht ja wirklich schnell und easy. Also ich habe meine Wunderkur benutzt und ja, wie man erkennen kann, ist ein kleines Wundergeschehen. Ja. 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 Ja.